Das funktioniert quasi, ne? Funktioniert, ja. Ich glaube, da muss man es auch können, ne? Da kann nur eine Attacke. Erstmal, ja. Und dies kennen wir auch. Lernen müssen um Japanisch zu lernen. Ja? Würdest du dann ab der neunten Klasse etwas wählen? Also, eigentlich schon, aber ich weiß nicht, ich wusste erst mal mit drei Sprachen klar werden. Ja, stimmt. Also, wenn du in der neunten Klasse noch etwas anderes wählst, hast du in der elften Klasse immer noch die Chance, das dann drei Jahre lang zu lernen. Also, wenn du sagst, ich möchte erst mal zum Beispiel Informatik oder Computer machen, dann kannst du dann in der elften Klasse dich noch mal entscheiden. Ja, das Essen, da hast du ja noch mal die Chance, viel davon zu probieren, ne? Warst du schon mal in Japan? Ja. Ich war schon zweimal in Japan. Zweimal? Das ist ja cool. Und wo warst du? Keiner, ich war schon mal. Ich war schon mal in Japan. Ich war schon mal in Japan. Das war's für heute. Das ist so, dass die Kinder die Bälle verschießen, müssen die Bälle auch wieder einsammeln von den Katapulten. Das muss ich gleich am Boden rumkrabeln. Schießen macht mehr Spaß. 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 Sch WOMAN 2 Schauen Sie mal! Schauen Sie mal! 것도 안 loving. Spanisch, Spanisch, Japanisch und Koffer Spanisch, Japanisch und Koffer Warte, dich hoch! 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 Warte, dich hoch!